Bis es passiert, ist ja alles gut, aber wenn es passiert, dann seid ihr am Arsch, dann gibt es nichts, es sei denn ihr beauftragten Unternehmen aus der Defektplatte noch die Daten zu ziehen, aber dann zahlt ihr 1000 Euro und wenn ihr eine Backupplatte habt, und die meisten kommen ja mit 2 Terabyte klar, ja, eine 2 Terabyte Platte kostet auch nicht mal mehr 80 Euro, 80 Euro. Also, kauft da einmal, die Platte hält dann auch wieder 5 Jahre, ja, und dann zieht ihr da einfach einmal die Woche eure ganzen Fotos und so drauf, die dazugekommen sind, oder einmal im Monat von mir aus, dann verliert ihr auch einfach nicht so viel, das macht doch einfach Sinn. So. Damit wieder nun herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play SnowRunner Daufer Truck Simulator auf dem PC, Folge 489, der höchstwahrscheinlichen letzten Folge hier erstmal auf Michigan, denn wenn alles glatt läuft und das Release-Datum so hinkommt, starten wir bereits morgen in der nächsten Folge mit der 5. Phase von SnowRunner. Ja, ich bin mega gehypt, mega gespannt, wieder ein bisschen was Neues zu sehen, was hoffentlich ein bisschen weniger frustriert ist. Jetzt haben wir auch wieder eine etwas stärkere Truckflotte am Start. Der Royal BM17 gehört wieder zu unserem Fuhrpark, hat hier gute Arbeit geleistet. Heute beenden wir den Auftrag Holz für die Einheimischen, haben damit nochmal 9 Holzlieferungen hier auf dieser Karte erledigt, ja. Das ist der Plan für heute. Wir transportieren den letzten langen Baumstamm zum Sägewerk, bringen dann den Anhänger zurück, verkaufen das Ganze und lagern alle unsere Trucks ein, die wir für die 5. Phase gebrauchen könnten. Und dann, wenn alles glatt läuft, sehen wir uns nächste Folge im Startmenü wieder, denn dort werden wir ein neues Bild sehen. Und dann starten wir direkt mit der 5. Phase, da habe ich richtig Bock drauf. Auch schön für mich, ich wollte heute auf jeden Fall SnowRunner aufnehmen, aber auch nur das und da ich jetzt eh nicht weiter aufnehmen kann, weil ich sonst zu viele Folgen habe und werde dann die 5. Phase quasi erst verspätet starten können, werde ich heute das dabei belassen. Keinen weiteren Part mehr aufnehmen, das heißt ich muss dann sowieso am 9. wieder aufnehmen, aber das ist erstmal nicht ganz so schlimm. Ja, wobei ich muss gucken. Also kann natürlich sein, dass ich da ein Problem mitkriege, also, aber ich werde es schon irgendwie hinkriegen. Corona ist ja immer noch ein ernstzunehmendes und großes Thema in Deutschland und auf der ganzen Welt. Und auch ich habe mich natürlich dazu entschieden, mich impfen zu lassen gegen das Coronavirus. BioNTech-Pizza heißt mein Impfstoff, den ich bekomme und für mich zum Zeitpunkt der Aufnahme ist morgen früh der Arzttermin zur zweiten Impfung. Und die zweite Impfung bei BioNTech soll ja ein bisschen knallen, habe ich von einigen mir sagen lassen. Deswegen hoffe ich aber einfach mal, dass mein Körper da nicht groß die Tüte aufmacht und ich dann morgen und übermorgen dann trotzdem mit kleinen Einschränkungen zumindest aufnehmen kann. Ich weiß nur von der ersten Impfung, dass mein Arm höllisch, also zu nichts mehr zu gebrauchen war, ich konnte ihn nicht bewegen. Ich habe seinen linken Arm bekommen und ich konnte, also er war dann so. Und ich konnte ihn so bewegen, mehr nicht. Ging gar nichts mehr. Also ich konnte auch nicht richtig liegen. War eine schöne Nacht, sage ich mal. Sehr viel Schlaf bekommen. Ähm, ja. Wird diesmal wahrscheinlich ähnlich sein. Wobei auch manche gesagt haben, dass beim zweiten Mal gar nicht so krass der Arm war. Dafür halt eher andere körperliche Beschwerden wie eben Müdigkeit, Kopfschmerzen und sowas. Ich hoffe, ich bleibe da von allem so ein bisschen verschont, dass wir auch weiterhin stressfrei und ohne weitere Probleme hier wunderschöne Videos produzieren können. Damit ihr was zu lachen habt. Ganz ehrlich, also, ich muss auch mal ein bisschen gucken. Will auch in Zukunft ein bisschen mehr darauf achten, dass ich nicht so viele, nicht so viel Lehre sprechen lasse, ne? Gerade bei solchen Games, die sind eigentlich darauf angewiesen, dass man durchgehend irgendwas sagt. Das Problem ist nur, dass man nicht immer was zu sagen hat. Versuch du mal, 20 Minuten lang auf irgendein random Shit drauf loszureden. Müssen wir hier nochmal aufpassen. Man muss halt so eine Kombination machen aus Sachen, die man zum Spieler klärt, als auch irgendein Bullshit labern. Ich meine, ab und zu labern wir über Netzwerke, Server, Festplatten. Haben wir letzte Folge kurz wieder angeteasert, dass mein Server gerade ein paar Probleme hat mit einer Festplatte. Was ich so gar nicht geil finde, weil das eine der guten Platten ist. Oh, jetzt haben wir hier ein Problem. Jetzt muss ich probieren, hier einfach durchzupushen. Ich wusste, es gibt Probleme. Ein bisschen mehr Power. Komm, 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 komm. Weil es halt eine meiner besten Platten ist, die da gerade langsam anfängt zu sagen, ey, du, ich will eigentlich nicht mehr. Ich könnte jetzt mal in den Ruhestand gehen. Wie alt ist sie denn? Muss ich überlegen. Ich weiß nur, dass sie 19.500 Betriebsstunden ungefähr hat. Was eigentlich nicht so viel ist, wenn man bedenkt, dass es eben eine Festplatte ist, die für Dauerbetrieb ausgelegt ist. Für Dauerbetrieb ausgelegt würde für mich auf jeden Fall heißen, so 3, 4 Jahre 24-7 Betrieb. Da könnt ihr euch gerne mal ausrechnen, wie viele Stunden das sind. Ich weiß es jetzt leider nicht aus dem Kopf. Also 24 Stunden mal 365, das Ganze mal 4. Fast ist, denke ich, eine ordentliche Anzahl an Stunden. Ich will das jetzt wissen, deswegen rechne ich es mir einfach während der Fahrt auf dem Handy aus. Wenn es mein Gesicht erkennt, was es natürlich nicht macht. So, ich probiere das Ganze ein bisschen nebenbei zu machen. Ein bisschen mehr Speed hier aufbauen. Wo ist mein Rechner? So, 24 Stunden mal 365 Tage mal 4 Jahre beispielsweise sind dann schon mal locker flockig. 35.040 Betriebsstunden. Auch Werte, die ich bei einigen Platten schon bei weitem überschritten gesehen habe. Also es gibt ja auch so diverse Screenshots im Internet und ich kenne auch Leute von YouTube, die auch solche Platten eben haben. So, jetzt habe ich es gewusst. Jetzt kommen wir hier nämlich gar nicht mehr hin. Es gibt durchaus Festplatten, die auch nach weit über 80.000 Betriebsstunden noch keinerlei Fehler haben, immer noch laufen. Es hängt halt auch immer stark von der Temperatur ab und ich glaube, das ist auch der Grund, warum bei mir diese Platte jetzt Fehler macht. Weil die anderen Platten machen das alle nicht und das liegt halt ganz schlichtweg daran, dass ich diese Platte schon so gut wie vor allen anderen Platten hatte. Das ist eine Western Digital Black mit 6 Terabyte. Zum Zeitpunkt des Kaufes war 6 Terabyte die größte Speicherkapazität, die man sich zumindest als Consumer kaufen konnte. Hat damals sogar, ich glaube, 280 Euro gekostet. Also wenn man bedenkt, dass man heute für eine 6 Terabyte Platte 110 Euro zahlt. Für eine vergleichbar gute 140, 150 Euro. Dann ist es natürlich schon krass. Das ist natürlich schon einige Jahre her. Das Problem war nur, damals, das war die zweite, ich hatte eine Festplatte, als ich meinen PC 2013 geholt hatte. 2013, das war eine Western Digital Green. Habe ich auch noch, die läuft noch gut. Die hat, glaube ich, 20.500 Betriebsstunden. Also nochmal 1.000 mehr. Ich habe die halt irgendwann upgraden müssen, nachdem ich dann mit meinem PC angefangen habe, Videos zu machen. Und weil halt auf der 2 Terabyte Platte sowohl alle meine Daten, als auch die Spiele und noch meine Videos drauf waren, ist sie natürlich relativ schnell voll gewesen. Und ich musste upgraden und habe dann direkt eine 6 Terabyte Platte geholt, dass ich dann die Spiele auf der 2 Terabyte HDD erstmal hatte. What a shame, Games on an HDD. Aber das war halt damals einfach so. Und dann hatte ich auf der 6 Terabyte Platte alle Medien drauf, alle Dateien und eben auch meine Videos. Und so hat das Ganze angefangen. Jedenfalls hatte ich damals halt noch so ein Fertig-PC gehabt und das Gehäuse war einerseits sehr klein. Ich werde jetzt die Straße hier fahren, das ist mir jetzt ein bisschen sicherer einfach. Das Gehäuse hatte keinen, oder doch, es hatte einen Gehäuselüfter in der Front, aber unten und die Platten waren oben. Das heißt, die Festplatten hatten keine Kühlung. Zumal das Gehäuse auch keinen Hecklüfter hatte im Gehäuse. Das heißt, die Luft wurde zwar irgendwie reingepustet, aber kam nicht wirklich raus. Es war auch schon immer sehr warm, wenn man das Gehäuse angefasst hat. Es war so ein 30-Euro-Gehäuse, was der mir da gegeben hat, dieser PC-Shop. So, das war das, ich kenne den Namen sogar noch. Das war ein Sigma-Tech Asgard-Gehäuse. Ja, die gibt es heute immer noch zu kaufen für 15 Euro oder so. Das sind somit die billigsten und schlechtesten Gehäuse, die es gibt. Aber gut, damals kannte ich mich nicht raus, wusste nicht, dass es schon ein Gehäuse gibt aus Glas mit Sichtfenster und so. Wusste ich alles gar nicht. Ich wollte einfach, damals war ich auch noch so einer dieser User, die wollen auf Knopf drücken und es muss funktionieren. So. Wäre schön, wenn es heute auch noch so wäre. Wäre schön. Jedenfalls eine WD-Black. 7200 Umdrehungen über 200 MB die Sekunde. Das war damals alles nicht typisch. Die Platte war ein richtiger Hitzkopf. Auch nicht Helium gefüllt. 6 TB Platten, weiß ich gar nicht, ob es überhaupt welche gibt, die Helium gefüllt sind. Ich glaube, das machen die Hersteller erst bei 10 TB Modellen und aufwärts, weil da einfach mehr Platter benötigt werden. Das machen die, um einerseits natürlich die Platt kühler laufen zu lassen, andererseits natürlich spart Strom etwas, weil der Luftwiderstand nicht vorhanden ist. Beziehungsweise durch das Helium irgendwie, ich weiß nicht, was i da der Luftwiderstand ist. Eigentlich soll es gar keinen geben. Ich bin kein Physiker. Ich war in Physik schlecht. Also will ich da jetzt gar nicht probieren, irgendwas zu erklären. Der Fakt ist, und das ist auch das, worauf ich hinaus wollte, die Platte lief in diesem Gehäuse immer sehr, sehr heiß. Und wenn ich sehr, sehr heiß meine, dann meine ich bis zu 65 Grad. Und alle, die sich ein bisschen mit Festplatten und HDDs auskennen, die würden mir jetzt, glaube ich, die ernsthafte Frage stellen, wie das Ding überhaupt noch laufen kann. Weil, also wenn, wenn sich Leute wirklich extrem viel Sorgen machen um ihre Festplatten und extrem Nerds sind in dem Bereich, dann bekommt man meistens zu hören, also allerhöchstens 45 Grad. Alles drüber ist schon nicht gut. Laut offiziellem Datenblatt ist die Platte sogar bis 65 Grad zertifiziert. Aber natürlich muss man immer sagen, dass jeder zusätzliche Grad, den eine Festplatte ausgesetzt ist, die Ausfallwahrscheinlichkeit natürlich ansteigt. Das ist einfach so, Festplatten, je kühler es ist, ich rede jetzt von Raumtemperatur, nicht von Minusgraden, je kühler es ist, desto gesünder ist es natürlich für die Platte und desto höhere Zuverlässigkeit und Lebenszeit kann man da erwarten. Und ich glaube, dass ich mir das gerade in dieser Zeit ziemlich versaut habe mit der Platte. Die WD Green, die ich noch benutze, war zwar auch in dem Gehäuse, aber die ist ja nur mit 5400 Umdrehungen gelistet. Und hat weniger Platte drin, weniger Performance, das heißt, die Platte hat natürlich grundsätzlich keine Hitzeprobleme, weil sie eben auch nur halb so viel Strom verbraucht. Ja, deswegen, die Platte war nie ein Problem, die läuft auch jetzt ohne irgendeinen Fehler, super Platte. Aber eben, die Black hat gestern 556 nicht korrigierbare Sektoren gehabt, das ist jetzt nicht so viel. Wenn man bedenkt, dass ein Sektor 4 Kilobyte ist, dann sind das halt gerade mal, ne, paar MB. Ich rechne das auch gleich nochmal aus, erstmal beenden wir in die Aufgabe. Danke für deine Hilfe bei der Entwicklung unserer Region. Ohne Fahrer wie dich hätten wir es niemals geschafft. Es gibt 2060 Erfahrungen und 22.450 Belohnungen. Immerhin ein ganz nettes Ding. Boah, aber guck dir das mal an. Dass wir nur für die eine Fahrt, haben wir jetzt auch echt viel Kraftstoff weggeballert, weil ich die ganze Zeit mit Allrad gefahren bin. Deswegen. Na gut, jetzt mit dem vollen Kraftstoff habe ich nicht mehr darauf geachtet. Ich wollte es nochmal ganz kurz ausrechnen. Wir haben 4 Kilobyte pro Sektor. Wir haben 556 Dinger. Siehst du, das sind 2224 Kilobyte. Das sind ja gerade mal, ne, also durch 1024 2,1 Megabyte. Ja, das ist dann, das ist dann jetzt quasi ein, ein großes Word-Dokument, was man da jetzt quasi nicht mehr drauf speichern kann, weil die Festplatte diese Sektoren nicht mehr benutzen kann. Overall sind die Smart-Werte von der Platte immer noch gut. Meine Hoffnung ist natürlich, dass es jetzt dabei bleibt. In meinem Server sind die Temperaturen sehr, sehr gut, weil mein aktuelles Server-Gehäuse, also es ist kein, es ist kein Server-Gehäuse. Ich habe einfach einen ganz normalen Big Tower und da habe ich dann einfach das reingebaut. Und weil es halt ein Unread-Server ist, nenne ich das Server. Also wann man einen PC-Server nennt und wann nicht, einigen wir uns einfach auf Workstation. Workstation trifft es, glaube ich, dann immer noch mit am besten. Ein Workstation-PC. Wenn man Server sagt, dann haben halt alle immer diese, diese lauten Racks im, im Kopf, die da in den Server-Schränken und Datenzentren stehen. Aber, ne, man kann theoretisch auch seinen ganz normalen Desktop-Computer-Server nennen, sobald er halt serverähnliche Aufgaben übernimmt, wie Verfügbarkeit, File-Sharing, ne? Und das betreibe ich ja auch größtenteils mit dem Rechner. Es ist halt ein File-Server, mit dem ich halt auch arbeite, weil Unread drauf ist. Das heißt, du hast auch neben einem File-Server und einem NAS-Betriebssystem einen Virtualisierungs-Host. Kannst mehrere VMs parallel laufen lassen. Sei es Windows, Linux, sogar Mac mit einem Container, der das alles für dich automatisch installiert. So einfach Mac installieren, Alter. Voll geil. Ja, also, ne? Das ist halt schon mega angenehm. Ja. Hoffnung mache ich jetzt jedenfalls auf die Platte, dass sie mich jetzt nicht im Stich lässt. Ansonsten müsste ich die angesprochenen ca. 140, 150 Euro bezahlen für einen Ersatz. Ich kann natürlich auch sagen, ich lasse das Array jetzt einfach ohne die Platte weiterlaufen und habe dann 6 Terabyte weniger Gesamtkapazität. Aber das wäre dann nicht ganz so toll. Und früher oder später werde ich es dann ja doch wieder upgraden müssen. Also, ja. Lieber direkt tauschen die Parität, spiel die Daten wieder zurück, wo sie waren und dann läuft es wieder. Aber, ja. Ich werde es jetzt natürlich darauf anlegen, weil ich einfach nichts verlieren kann. So, ich habe das alles auf Bäckerplatten, auf der Parität. Selbst wenn die Platte dann irgendwann im Betrieb aussteigt, verliere ich da gar nichts. Deswegen lasse ich die Platte bis zum bitteren Ende laufen. Und vielleicht, wer weiß, sind jetzt einfach diese Sektoren ausgefallen und die Platte läuft jetzt wieder drei Jahre am Stück ohne weitere Probleme. Das wäre natürlich super. Ist bei manchen Platten auch durchaus so der Fall. Bei anderen Platten wiederum ist es aber so, dass es jetzt im Laufe der Tage und Wochen immer mehr Sektoren trifft und irgendwann fällt dann eben ein Bauteil der Platte komplett aus. Und dann ist natürlich das Schicksal der Platte auch endgültig besiegelt. Ja, dann kann man auch nichts mehr machen, dann war es das. Das ist dann eine traurige Wahrheit. Aber ja, was müssen wir machen? Nichts hält für ewig. Auch Dauerbetriebsplatten nicht. So ist das halt. Deswegen, Freunde, wenn ihr einen PC habt, mit nur einer Festplatte und ihr habt da ein paar Fotos drauf, Schulsachen, vielleicht auch ein paar Videos, ein paar Clips, die ihr mal von eurem Gaming-Abend gemacht habt, macht ein Backup. Ihr werdet es bereuen, wenn ihr es nicht macht. Bis es passiert, ist ja alles gut. Aber wenn es passiert, dann seid ihr am Arsch. Dann gibt es nichts. Es sei denn, ihr beauftragt ein Unternehmen, aus der Defektplatte noch die Daten zu ziehen. Aber dann zahlt ihr 1000 Euro. Und wenn ihr eine Backup-Platte habt, und die meisten kommen ja mit mit 2 Terabyte, klar, ja. Eine 2 Terabyte-Platte kostet auch nicht mal mehr 80 Euro. 80 Euro. Kauft da einmal, die Platte hält dann auch wieder 5 Jahre, ja. Und dann zieht ihr da einfach einmal die Woche eure ganzen Fotos und so drauf, die dazugekommen sind. Oder einmal im Monat von mir aus, dann verliert ihr auch einfach nicht so viel. Das macht doch einfach Sinn. So. Abstellen. Genauso wie den Zix. Abstellen. Ich glaube, viel mehr brauchen wir erstmal nicht. Wir werden wahrscheinlich wieder einen Scout nehmen. Dann, später. Sorry. So. Also. Ich denke, wir sind noch mal ganz gut vorangekommen. Ich werde noch mal ganz kurz auf die Karte gehen. Wir haben den Fortschritt auf 60% ausweiten können. In A... In Michigan. Sind damit wieder vor Alaska. Aber auch hier sind 41 Missionen erledigt. Das ist ja interessant. Das ist ja sehr interessant. Den Timing haben wir nur 30 erledigt. Haben wir aber auch nicht mal... Ne. Halbinsel Cola nur 25. Das ist halt, äh... Äh... 8 von 55 Grad mal. Ach du Scheiße. Yukon 39 immerhin. Das war die zweite Phase. Die dritte Phase haben wir sehr, sehr, sehr gut vorangemacht. 30 von 48. Und die vierte immerhin 27 von 103. Ja, also... Ui. 103, ja. Auf den vier Maps. Das müssen wir mal vorstellen. Wisconsin hat auch vier Maps. Aber da gibt es nur 48. Das heißt, da gibt es gefühlt doppelt so viele Aufgaben. Wahnsinn, ne? Echt Wahnsinn. Freunde, wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuschauen. In der nächsten Folge geht es dann hoffentlich, wenn alles nach Plan läuft, weiter mit ja, es geht weiter mit ähm in der fünften Phase. Ich hoffe doch sehr, dass wir da auf dieser Map wieder unseren Spaß haben werden. Und damit würde ich sagen, vielen Dank euch hier fürs Zuschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. YK